Ich erwartete nichts besonderes von diesem Tag. Eine Melodie ging mir durch den Kopf. In Gedanken begleitete ich sie auf meinem Schlagzeug. Morgen würde ich wieder spielen, dachte ich. Die Sonne blendete mich. Es war ein Frühlingstag. Es gibt Tage, an denen ich nicht daran denke, dass ich einmal ein Kind war. Dass ich eine Geschichte habe. Mir genügt der Augenblick. Und ich wusste jetzt, was ich mit der Melodie machen könnte. Ich kann alles vergessen. Wenn ich am Schlagzeug sitze. Wenn ich nur noch mich selber höre. Die Zeit hatte einen Sprung gemacht. Jeden Tag sehe ich Passanten, die sich verrückt benehmen. Was heißt das schon? Sehe ich nicht auf, wenn ich am Schlagzeug sitze. Der erste Schlagzeug sitzt. Bis zum nächsten Mal. 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 War das jetzt eine Möglichkeit? Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020